Kind Gottes, was glitt ihr auf dem Herzen? Meine Nachbarin! Die billige Sexbombe, so bröst! Entschuldigung. Absolut stehlos. Und jeden Abend ein anderer Typ im Bett. Aber das Schlimmste ist ihr Hund. Oder besser gesagt, ist ihr Hund gewesen. So einen kleinen Kläffer. Ich weiss gar nicht, wieso sie das hat. Sie hat ja genug Tipp, bevor ich den Schwanz wettelte. Auf jeden Fall. Hat er die ganze Nacht durchgebellt. Und am Morgen ging es weiter. Nicht zum Aushalten. Und dann, letzte Woche, komme ich am Abend nach Hause. Dann sitzt er da im Gang. Ganz alleine. Er wollte wahrscheinlich auf die Gasse gehen. Und dann habe ich ihn in den Lift hineingelockt. Bin in den siebten Stock gefahren. Ich habe das Fenster oft gemacht. Du bist Lift gefahren. Äh. Ja. Du Sünderin. Der Schweizer Strommix besteht etwa zur Hälfte aus Atomstrom. Nimm die nächsten 20 Mal zu stecken. Denn die Sünden sind dir vergeben. Ja. Amen. www.ökobeichtstuhl.ch Anders, als du denkst. Anders, als du denkst. Untertitelung des ZDF, 2020